Wie ist die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändert, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Hä? Die Brücke-Lösung. Hm. Hm. Na, super. Muss ja gleich sowas vorbeigucken. Guckt um die Ecke und kriegt einen in die Fresse geklatscht. Das ist doch... Oh. Steuerradschlüssel. Hm, ist auch nicht schlecht. Andere Waffe habe ich nicht. Von daher... Schrubbmonition, na ja. Und natürlich der Ratsersteuer. Ha, was für ein Zufuhr. Okay. Okay. Sieht nicht sehr bedientlich aus. Wappen aufgehoben. Okay. Schrot-Munition liegt in ihm. Mit Sicherheit. Warte Jill, hier ist eine Karte des Schiffs. Wenn wir durch die Halle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. Wir sollten zum Notfallkommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Dann auf geht's. Dann wieder zurück? Oder? Gibt's hier was, was ich übersehen habe? Also hier nicht. Es war nicht so irgendwie so Hilfe, gibt irgendwie so eine Wegweiser, nein. Man orientiert hier schon so ein bisschen im Kartenleser. Das schlägt nicht mal ran. Tja. Wenn hier das Regal nicht, das Regal nicht, dann halt nicht. Gut, wir müssen Raymond finden. Woher kennst du ihn? Von der Arbeit. Belassen wir es dabei. Tja. Hm. Jetzt kein Weg, das heißt wir sind hier wieder. Ah, ist das immer wieder eklig und immer wieder eine Besonderheit. Das sehen wir doch immer wieder Spaß. Jetzt haben wir auch wieder keine Funktion. Untere Kabine, obere Kabine? Obere? Warte mal. Untere Kabine? Okay. Besitzt, das ist Schadenfluss 10%. So ist besser. Habe ich ja keine Hoffnung. Äh, was müssen wir noch mal sehen? Hm. 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 Also irgendwie gruselst es mich trotzdem hier durchzugehen. Kartenleser. Beleza. Yo. Da. Ich habe einen Anker, den habe ich nicht gefahren, den habe ich noch nicht gefahren. Schliegt gerade nicht aus, wir rennen eigentlich gerade wieder in den Weg, den wir gekommen sind, wieder zurück und ich ahne wahrscheinlich müssen wir den Weg so wieder zurück bauen. Entweder war das etwas der Monster, aber ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen. Das war's für heute. Bye-bye.